Hier friert man sich ja halb tot drin. Hier friert man sich, aber es ist ein Wetter. Ein Jott, der fährt ja, das ist ja unglaublich, der hat da seinen Führerschein gewonnen oder was? Hallo. Nächstens fahre ich wieder Auto. Fahre. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.